Foucault zufolge hat das Wissen einer jeden Epoche eine unsichtbare Basis. Den Theorien, Meinungen und Praktiken liegen Regeln zugrunde, die das Denken erst möglich machen, die aber den Menschen bzw. den Forschenden nicht bewusst sind. Und also kommt der Strukturalismus ins Spiel oder die Untersuchung jener Mächte des Unbewussten oder des realen, des psychischen Unbewussten als das psychische Reale und des realen Unbewussten als Tüche im Gegensatz zu Automaton, welche die eigentliche Strukturbeziehung dessen bebildern soll, wie wir geschrieben werden anstelle, geschrieben werden durch die Chiffren anstelle, dass wir uns selbst schreiben würden und davon nicht einmal wissen, wie wir geschrieben werden, durch welche Gesetze der Grammatik, der Logik und der Homophonie. Das war's für heute. Vielen Dank.